Prozent Nennen nennen Hauptsache so ein Malzuhl und Städte so ein kleines ja wo wir auch nur Städte kriegen die Mitglieder und dann müssen wir auch noch einen Morgen tun den Städte nicht einfach so direkt es zieht, ich mach Tür zu wie hab ich den Kreis gemacht ich hab keine Ahnung aber netter Sprung ja das war eine Rolle vielleicht mit YB YG macht das gleiche wie XA man kann eine Rolle machen ja aber sind wir eigentlich anders ich weiß gar nicht mehr ich weiß auch nicht mehr ich brauch es einfach nicht irgendwie konnte man eine Rolle machen jetzt will ich wissen wie Rolle geht was ich nie jetzt erfahren werde weil einfach hier Wasser ist wow wow da war doch Moment 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 du gehst auf der Seite ich geh auf der Seite hoch da kommt die andere Hälfte Wasser ne ich darf nicht das zählt als kaputt gehen fast oh ich dachte schon nein danke ja Moment ich darf ja na ich hab's mir in dem Schast ja nein ja die geht doch noch nach links das ist ja voll die gemeine Krone wäre die lieber die geht nach rechts und ich hol mir die nee mir wäre lieber dass die einfach gravitationsmäßig nur nach unten geht hier ist noch da ist Hoh da ist Hoh da ist Hoh Hoh willst du dich revanchieren? nein versuch eigentlich zum Beispiel mit Schrom zu bleiben ja ja ich bin schneller ich bin schneller ah sorry diesmal wird wenigstens angezeigt wer es gedrückt hat wir haben noch kein einziges Ding das ist jetzt aufgefallen ja gab's noch keins oder keine Ahnung ich glaube wir haben eins verpasst wieder ok hier rechts auf das Ding achso haha so und jetzt ja ja oh sag nicht das war's schon hm was ist das denn das Wort das hat doch voll scheiße ja ja na komm schon komm schon hö achso ich dachte grad wir waren zwei Kittys raus und ich hab ein Kitty verpasst na hier kommt nix ja 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 Mario macht einen viel cooler Sprung Sound ähm oh shit ich komme boah shit 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 ich komme ja nein 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 achso warte warte muss man ganz nach unten ich will wissen was da unten ist blub blub nein du wolltest nein 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 ich rette mich doch boah das war so knapp einfach ah da oben hätten wir hergemusst da oben sind Lampen gewesen ich hab's grad gesehen aber du wolltest ja wissen was da unten ist ja nein 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 oh super hätte ich gar nicht gebraucht woll grad sein du wolltest doch gar nicht du kannst doch auch nicht warten ja ist mir aber im Sprung erst aufgefallen da wollte ich dich mal weglenken mhm das wäre zu viel Anstrengung ja das war zu viel Anstrengung einfach nach unten zu drücken oder nach links das ist wahnsinnig oder ja stimmt oder äh bestimmte Arschattacke das wäre ja noch heftiger mhm wobei kann ich die wenn ich diesen äh Weitsprung mache das weiß ich gar nicht naja ich glaub sofort kannst du nämlich nicht machen mhm ja am Ende glaub ich schon ja am Ende das könnte gut sein guck mal da rechts geht's noch weiter jup wahrscheinlich ist dahinter im Geisthaus äh ein Dings mhm rrrr das ist boah Kiki so und wir holen dann noch die beiden mit und ich will Kiki ja 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 njoom jetzt war es einfach so cool ist das schon geil ein Dicht in Dunck kam gerade ja okay dem 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 disco die gehen kaputt die gehen kaputt ja wir haben endlich mal was deckt womit wir die haben eine waffe gegen fuß ja komm wir machen doppelding ja du lampel du ampel muss auch nach oben ja stimmt nein du musst hier drauf stimmen das ist ein luigi button und jetzt holen und jetzt kommen oder springen runter da hast du mal wachte hier im spiegel hat man es gesehen hätte spiel kaputt machen nein ach so mein kett hier gilt genauso wie der weitsprung springst du mal bitte nach so ich dachte du wolltest das nein nein mein groß ob die ist denn noch ich will das niemals klar die kommen einfach mal wieder die werden einfach nur transparent ja sie ist etwas und ich bin genau in den falschen moment gekommen kommt einfach immer zum falschen und naja das ist einfach scheiße nein ich will der korn von den ort kommen so sollte das genau ich leuchte während ich in dem ding drüben diese bis zum schrumpf reflex euro ich dachte das würde irgendwas denn der entdeckten die ist kohlen nun ich dachte ich halte ich müsste dahin rennen und geht halt so weiter wo ist das gerecht da geh rein ich bin rein gut konnte nicht mehr sehen da war sogar eine tür nein kommst du den ich krieg den nicht mehr oh schwein gehabt boah ich hab den eigentlich erwischt gehabt gedacht gewischt gehabt gedacht ja aber mitte ja das wäre zu simpel nämlich sonst nein ich lass mich nicht verarschen hier siehst du ich hab dreck gerichtet moment der ist kaputt warum ist das kaputt weil sich das dreht kombo da kommen sorge die verlorenen seelen raus oh mein Gott stimmt hm muss man nicht auch langsam drehen so ein bisschen bei dem bringt das anleuchten nix deckung deckung dreck danke Achtung kill ihn kill ihn kill ihn ich versuch's ich musste aber auch schon bis nein ich hab meine lampe verloren die kommen wieder und äh da kommt alles ja und mach pauu mach pauu nein geht nicht mehr du musst die lampe bis hier hin oder äh am besten ich bin tot ja es macht nix ich geh trotzdem noch dahin hm nein 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 ich brauch groß wir sind super tot ja ja aber drei lehnen und da ist das mhm ja springen mhm war alles geplant siehst ich hätte noch nicht mal springen müssen eigentlich das hat er kurz gehalten bevor es verschwunden ist du wärst sogar von ganz oben springen können ja ich auch aber ich seh schon kommen da wär ich voll ganz vorbei gesprungen und dann wahrscheinlich unten noch an die spitze also an die schnichtspitze unten an am besten unten noch fallschaden bekommen naja natürlich natürlich aber schön dass ich noch punkte kriege wenn ich tot bin ja mit leidspunkte mhm jürgen für die folge gleich dass das endgültige versteckt jetzt wenn wir beide kaputt gehen kriegen wir tatsächlich auch zehn leben ist mir eben nicht aufgefallen ja halt beide kaputt bei der rot mann er doch nicht mit dem 10 krallen raus ich hab kallen gelesen ich dachte hä das ist Bowserbox erstmal anfassen mal gucken die Feras warte wir müssen hier hoch verdammt wir hätten wahrscheinlich Kitty holen müssen ja hier ist Kitty nein dann hol schnell ich hol dir hier den Kitty schnell schnell äh hätte man nicht noch weiter hochgehen können okay das ist ein Kitty Level mhm du hättest auch ruhig da reingehen können nein ich wollte nicht neeeeein ich frag gar nicht erst wie das alles funktioniert hat hä achso achso wehe du hast ihn wieder bekommen ist egal jetzt jetzt werden wir es nie erfahren ja hoch jetzt kommt nochmal dasselbe Level ja aber diesmal müssen wir höher was richtig knapp wurde ja ich glaub den hast du diesmal wirklich bekommen ne ne du hast vor mir wo war es da die Schwierigkeit nur dass du kleiner war es ist sogar leichter weil es geblinkt hat ja ah jetzt müssen wir da hin okay haha wir gucken dann wo der Fein geht oh mach den Po-Block ah stimmt schnell schnell nein ich wollte verdammt was rollst du äh Weitsprung geh nicht gerade echt runter oder ähm verdammt boah wie auch immer ich jetzt da hochgekommen bin hehehe heißt es nicht Ultra Teleport ist doch klar natürlich naja aber das finde ich cool dass wir immer dasselbe Level wieder genommen haben nur noch heftiger mhm 187 also mehr als 180 glaube ich nicht dass Bowser braucht ne weniger als 150 wäre schon lame na das würde zu Nintendos Einfachphilosophie passen oh oh hm mhm Wumpel Inferno oh achso uah jetzt hab ich echt schade wie das funktioniert ich dachte schon warum bewegt er sich nicht da vorne hehehe warte mal ist hier never mind ne das ist kein Problem das das Ding schmeißt mich eh runter aber ah ja deswegen sind die da die zeigen einfach wie du gehen sollst und wann du springen sollst und wir gehen am besten Game Over doch nicht so ok gehen wir mal mit denen ach einfach laufen ja nein jetzt ist er auch wieder froh weil er dich nicht mehr tragen muss dann viel Spaß ja passiert ja passiert ich hab mal nicht das für wann er hat noch nur noch null ne ich glaub eins hatten wir fuck 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 scheiße spring da drauf nein ja ein Hälte wir hätten eh zu wenig Leben gehabt glaub ich für das ganze Level ja 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 wir ein bisschen zu oft Game Over ja das ist normal jetzt und dann spielen wir zu zweit und das ist das letzte Level ja oh da kommen nochmal zwei Level links und rechts seh ich grad sieht jedenfalls so aus mal schauen falls wir so weit kommen nein ja das stört mich auch irgendwie ja da beschleunigt man ziemlich stark